Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Ja, Max Durke Jo, mit Baum Lukas und den anderen Leuten Hallo Also ich bin Baum Lukas und die anderen Leute sind die Gegner oder was ist das? Ja, die anderen Leute sind die Verlierer Gegner und Verlierer Ja, hoffentlich genauso wie bei Wasch Aber die haben ganz gechillte Stimmen, die haben nicht so quietschend Das war übel mit dem Gäste Du Kiesewoll ist geil So, das Cube Control und ich denke, das ist das Neue Kanal, wisst ihr jetzt langsam noch mal alle Ähm Ja, irgendwie Ach so, der Kuhspawner ist weiter oben, äh dumm Ich komm dir, ah, war der oben Ach Hallo Kuh Äh, hast du Spawn, Spawn ausgemacht? Ach da Ähm, bist du am Holzspawner oder wo ist der Holzspawner? Okay, der ist, äh, keine Ahnung Ja, ich baue mich direkt zum Holzspawner und so weiter Ich haue jetzt erstmal ne Kuh schnell mit ner Wollo Stirb, 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 fall doch nicht runter! Warum seid ihr so ordentlich aus? Mann, manche Kühe Alter, Ficktausch Mensch, an Ähm, hast du das Bett schon umgestellt? Wenn ja BAUS Oh, Difficulty 0 Flach, äh Difficulty Fificulty Kulti Ich kann das Loll Ach, ich hab null vergessen Äh, Loll Ähm, Back, immer noch Skelette? Hä, aber wirklich Bitte, das wird nicht abbrauchen, sonst bin ich tot Ähm, bitte, Hochtunfragenzeichen? Ich hab irgendwie wenig FBS hab ich ihm was an TS Ja, machen wir jetzt, komm Ja, los, warum? Ich darf jetzt nicht sterben, auch, du auch nicht Ja, ganz getillt Und ich muss was essen Äh, die doch, deswegen, wir brauchen, deswegen, ich hau, ich hau mich dann Ich baue mich dann direkt zu Holz und du zu Stein, okay? Loll Hä? Hä? Komm, du schnell ins Bett legen Er ist unten Okay, das müssen wir auch ein bisschen zubauen hier, weil sonst kommt hier wirklich noch ein Skelett, äh, Trübe oder so Okay, wir gehen jetzt direkt zu Holz Und so, dass wir uns dann auch schön Schwerte machen können für die Kühe und ich hab schon mal nur ein halbes Herz gehabt Ja, ich, ich töte mich erst mal Ah, Spinnung Hä? Ja, aber wieso spawnen noch Monster? Ach so, weil ich, äh, in der, äh, Welt, also in den Welteinstellungen hab das Monster spawnen Weil die müssen ja spawnen Nee, hier nicht Wie sollen die gar nicht spawnen? Also, äh Doch, die müssen doch spawnen wegen den Skeletten da hinten und so Ach, der war, ich geh jetzt hier ein paar Kürze Verstehst du? Na, das Baum ist zum Holz Ja, mach das mal Ich besorg uns so Sachen für, äh, Feier und so Och, das wird schon jemand das da so voll machen, ey Du fällst grad runter? Leute Leute, die Gegner runterfallen Oh Ich hab' den Gegner runterfallen sehen Schön zu wissen Ach ja, Leute, äh, ich heiß Dieses Mal so nur doch, ne? Sorry Ich hab' mich halt umbenannt Wollte ich mal zu der Kanone? Ja, Marsch Wo ist die noch mal? So, sieben Holz, das ist ja erst mal Da oben Da Siehst du sie? Wtf? Hä? Da hinten Ach da Noll Da hinten Zürf mich da eins auf dem Baut? Verliebt mir sie in Venturi, ja, ne? Äh, weiß ich nicht, ob das andere ist Woah, 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 zombie Woah, woah Woah, woah Woah, 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 woah Dann hab ich nicht immer Hier runtergezogen Sag mal, ja, nee, ich geh Komm mal okay, grave Aber ich hab nur mit mir D estuvlicher A Gehst du Up zum Spinnen v终er Na? Ich bin grad zum curvechen Keem Solange Wittgen Was machen Litzsch das ist mir geht das ist eine Gäste drüber und ich bin in einer von den Küsten sind Schwerter eine gestorben der Wind Spinner Nein, Creeper! Nein, aber unser Spawner ist kaputt gegangen Kuh das Fall runter Ersthaft, unser Kuhspawner ja Amanda ist doof mit den Die sind ja nicht OP, GGM und setz einen hin Nein! Hilfe! Du musst mich retten! Wir sind Zombies da, wo wir spawnen! Ich schieße die erste Feierkugel und behält man behält das Inventail für uns nicht ich bin schon wieder tot fast Hä, die Brücke, was von denen brennt, baums zu denen rüber Ich brauche jetzt mit Holz rüber, auch gar Nein! Mit Wolle! Besser! Mach's grad mit Holz! Ich spring dann eh mal runter! Ich spring dann eh runter, weil ich keine Wolle mehr hab und so Deswegen benutze ich auch grad Holz und das Holz wird auch leer Oh, ich hab grad ne Kuh übergeschmissen Äh, Back, ich kann grad nix setzen Ah, jetzt! Jo, zwei Wolle! Was für ein Suft, es reicht! Jo, zwei Wolle! Es reicht! Genau! So, ich schieße jetzt die Marcel Werke hier Wo stehen! Ja! Treffer und es brennt nix! Ah, das sind die andere Baum uns mal langsam zu denen Baumstab mit Kobbel Ich will nur mal denken, als ob wir wissen nix von Kobbel Wir wissen nix von Kobbel, wir wissen nix von Kobbel Aber wir wissen nix von Kobbel Aber wir wissen nix von Kobbel Oh, guck mal, wie da runtergefallen ist Und scharf oder? Das war wirklich einer von denen Oh, aua! Alter, das ist für die Hände gezockt Oh, aua! Und so ein Kryper, ich muss mich nicht nix von Kobbel Ich will dochほ und jub wonnen Ich will doch nicht lix von Kobbel Das greift die Hände noch nicht an! Oh, oh, oh! Ok, 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 ok! Spielt schon spannend. Jo, Bett ist unten. Ja. Ach ja? Nur noch killen. Bett ist gleich, äh, was? Kui, Bett ist schon immer der Bett. Wow, Skelett, Skelett, ich weiß nicht. Wer einig die, gleich sind, ne? Das ist vorbei für die. Wir brauchen jetzt Blöcke, wir müssen nur noch zu denen. Wo die Entschwerte geht, zu denen. Richtung Feuerkugel. Ich will ein Bogen machen. Hast du Heus? Oh, ich brauche, ich brauche, ich brauche nicht mehr, 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 ich gehe jetzt direkt zu denen, ich will die ausschalten. Sorry, aber ich will die ausschalten. Wir müssen ja noch beide einmal sterben, weil wir runterfahren. Die Monster gehen auf die Nerven. Hä, was macht ihr ein Schaf? Ja, weg. Für neues Bett. Ich darf mir aber gar nicht mehr. So, ich gehe jetzt mal hier. Wenn unser Bett weg ist, ich würde sie verschreien, Alter. Wow, Endermen, weg. Oh, scheiße, ihr seid Spinnen. Und deren Bett ist, ich habe ihn mit runtergesprungen. Ja, das wird mich, ich habe mich fast getötet, oh, Kripp, ja, macht alles kaputt, sogar mich. Nein, sogar den Sporn, der kaputt gemacht oben. Und mich auch, der. Nee, mich killkarten-Skelett. Yo, was Schottbeuchsteller sind. Fuck. Das ist mit dem, äh, Monster muss ich irgendwie noch fixen. Nein, das ist normal, so. Das ist nur halt ein bisschen, sehr schlecht. Ups. Alla. Mach du Bögen? Ich will, Bögen macht nichts. Und hab die Schuss, ich glaube, ich bin in einem Kreis, der mich streckt. Ach, nein, ich darf. Schon jetzt ein Schwert mir reicht. Die Verhältnis ist gut. was ich will nur ein bogen aufmachen hier vorher könnten sie geworst dann weil erstens die könnten sogar doppelt dauernd zwölf blutkontroll okay hier rein hier wird jetzt ein bisschen